Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Wir sind hier in Woche 36 im Überblick drin und es sieht ressourcentechnisch nicht mehr so wunderbar schön aus. Wir zahlen natürlich noch an die Bank hier unseren Goldkredit zurück. Unsere Hexe und der Jäger verbrauchen unglaublich viel Gold. Wie ist denn das, wenn ich die jetzt nicht bezahle, sind die dann nächste Runde nicht einsatzbereit? Oder wie funktioniert das? Was? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sonst hätte ich jetzt halt gesagt, wir nehmen mal einen der drei raus und lassen die anderen beiden nur drin und gucken mal, wie das funktioniert. Den Jäger will jetzt bestimmt keiner mehr haben, weil wir letztes Mal schon zweimal den Jäger hätten benutzen können. Dann lasse ich den jetzt erstmal raus für eine Runde. Ich habe jetzt hier auch noch eine vierte Vorratskiste anlegen lassen. Dafür haben wir aber nur noch zehn Vorräte jetzt. Das ist auch nicht so wunderbar schön. 14 Wochen bis zur Belagerung, aber irgendwie müssen wir damit jetzt klarkommen. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt weitergeht, liebe Leute. Woche 37. Atana? Schon da? Asalia! Was macht sie jetzt? Okay. Ich muss noch mal kurz weg, liebe Leute. Das ist gerade dringend. Was ist denn hier schon wieder los? Schau, was sie getan hat, Erik. Großer Gott, was hast du mit deinen Haaren gemacht? Und mit deinem Kleid? Ist das ein Ring in deiner Nase? Bist du jetzt eine dieser Barbaren? Erik, hast du davon gewusst? Sie kam gerade erst aus der Stadt zurück. Sieh sie dir an. Sie sind keine Barbaren. Hör auf, sie so zu nennen. Es ist nicht ihre Schuld, dass sie auf der anderen Seite der Berge geboren wurde. Lasst uns alle ruhig bleiben. Ich weiß sowieso nicht, was los ist. Asalia. Siehst du Maya etwa noch immer? Ich dachte, deine Mutter hat ihr verboten, das Schloss zu betreten. Das tat sie, ja. Aber sie hat nicht gesagt, dass ich sie nicht mehr sehen darf. Wir treffen uns in der Stadt und spielen ein paar Stunden. Das ist alles. Willst du deine Mutter damit Pi sacken? Nein. Ich dachte nur, ich probiere etwas Neues. Maya half mir dabei. Ich dachte mir, dass sie dahinter steckt. Du spielst jetzt mit einem Bogen? Wurde dir das Schwert bereits langweilig? Nun ja, ein klein wenig. Maya lieh mir ihres, damit ich mehr üben kann. Sie sagt, dass das Leben schwer für Mädchen ist und wir uns deshalb zu verteidigen wissen müssen. Das reicht. Was machen wir nun mit dir? Vater, ich habe nichts Falsches getan. Das ist nur ein neuer Haarschnitt. Und du hast ein sehr teures Kleid zerstört. Und du hast ein Fenster im Thronsaal zerbrochen. Diese Maya hat viel zu viel Einfluss auf dich. Ich denke, es ist am besten. Wir verbieten ihr den Umgang mit ihr gänzlich, Erik. Ja, und weil ich selber zu doof bin, gebe ich natürlich Mutti recht. Wir kommen gerade erst aus einem Krieg mit Radovia. Wir haben es knapp geschafft und du gehst eine Freundschaft mit einer von ihnen ein? Maya ist nicht gefährlich. Sie hat nichts falsch gemacht. Du wirst sie niemals wiedersehen. Vater, ich werde mit dir nicht darüber verhandeln. Es ist nur zu deinem besten, Azalia. Danke, mein Schatz, dass du diesmal auf meiner Seite stehst. Diesmal? Oder für die anderen, die es noch nicht gerallt haben, mal einmal übersetzt. Sonst stehst du nicht auf meiner Seite. Ich ziehe mich in Schlafgemacht zurück, falls mich jemand sucht. Zwinker. Oh Gott. Alles Comedy hier. Mensch, Azalia. Ja, pass auf dich auf. Mach keine Dummheiten. Mache ich das jemals? Ja. Diese Frage beantwortest du dir am besten selbst. Wir gehen mal zu Azalia. Die Bittsteller müssen noch, äh, zu Aurelia meine ich, die Bittsteller müssen noch ein bisschen warten. Ich mache mir Sorgen, um Azalia sich herauszuschleichen und dann so herumzulaufen. Sie ist ganz und gar nicht wie eine Prinzessin. Diese Maya ist ein schlechter Umgang für sie. Ich denke, dass sie sich nur so aufhört, weil wir kürzlich über das Heiraten sprachen. Sie will nicht heiraten und sie hat Angst, dass wir ihr eine Ehe aufzwingen. Deshalb versucht sie auch, versuche ich auch nicht so streng mit ihr zu sein. Du hast recht. Vielleicht reagiere ich über. Ich bin auch besorgt. Ich will nicht, dass sie etwas tut, das sie irgendwann bereut. Na, es ist bloß ihr Alter. Aber ich bin mir nicht sicher, was Maya angeht. Wir hatten gerade erst eine Schlacht mit ihrem Volk. Ich denke, es ist das Beste, wenn Azalia sie nicht mehr sieht. Tja, ich bin mir nicht sicher, ob wir das unterbinden können. Sie wird sich dann bloß wieder herausschleichen. Du hast recht. Ich werde versuchen, mit ihr zu reden. Na, immerhin. Immerhin. Hier macht doch niemand Dummheiten. Genau. So, jetzt geht es erst an den richtigen Tagesablauf hier ran. Stan, was hast du zu sagen? Ich habe den Dorfwohner mitgeteilt, dass man sie wegen der Wehrpflicht sehen will. Genau, das kennen wir schon. Auch Alana hat es mitgeteilt. Perfekt. Und unser Jäger ist wieder da. Euer Gnaden. Ich habe dem Gedichtschreiber geholfen. Tornado oder so. Tornado, ja. Ja, eine seltsame Erfahrung. Er schien jedoch mit den Ergebnissen zufrieden zu sein. Na, immerhin. So, da ist Lord Etten. Kann ich mit dem jetzt irgendwas machen? Ich bin gespannt. Wie kann ich euch helfen, euer Gnaden? Gar nicht. Okay, das wäre alles. Ich habe dich nur eingeladen, damit ich dich ärgern kann. Kann es wieder gehen. Euer Gnaden, ihr wolltet mich sehen? Ja, wir können wieder die Frage stellen. Schließt ihr euch in der Schlacht an? Ein Krieg zieht auf. Meine Armee braucht euch. Ihr habt unserem Dorf mit den Wodjan neu geholfen. Natürlich stehen wir an eurer Seite. Wir hätten uns keinen besseren König wünschen können. 13 Wochen geht es los. Sechs Leute zusätzlich hier in der Schlacht. Ob das was macht, ob das was hilft, weiß ich nicht. Euer Gnaden. Ich kann es nicht glauben, dass ihr ihn dazu bewegen konntet, aufzuräumen. Als er letzte Woche zurückkehrte, hat er prompt die ganze Straße gesäubert. Er fluchte und warf Dinge herum. Aber es ist nun alles sauber. Ich hätte nicht gedacht, dass er auf euch hören würde. Er ist so stur wie ein Maultier. Ich war mir sicher, er würde eher wegziehen, als dass er aufräumen würde. Ich danke euch so sehr, euer Gnaden. Ja, ich bin froh, dass ich helfen konnte. Bitte helft ihm, die Straße sauber zu machen. Auf der Straße ist nicht nur sein Unrat. Natürlich, euer Gnaden. Alles klar. Da kommen Vialit. Die haben wir nicht eingeladen. Okay. Euer Gnaden. Ich hörte, ihr helft diesen radovianischen Bestieren. Und lasst deren Leute ziehen. Ob Frau oder Kind, es könnten ebenso Hunde sein. Es interessiert mich nicht. Alles das gleiche Gesocks, wenn ihr mich fragt. Wenn es nach mir ginge, dann hätte ich sie alle an die Kette gelegt. Ich hoffe, Atana wird euch zerschmettern. Ui. Warum? So, das war das mit dem Metzger. Ja, das sind diese Geschichten hier. Aber was war das für ein Eintrag gerade? Banditenangriff. Assalia. Verbot der Ehe, Maya jemals wiederzusehen. Wo wurde denn jetzt was aktualisiert hier? Keine Ahnung. Nirgendwo offensichtlich. Hm. Mal sehen. Euer Gnaden. So, was ist mit euch? Schließt ihr euch meiner Armee an? Ein Krieg kommt. Wir brauchen Hilfe und Schutz. Ihr habt mich geheilt, euer Gnaden. Jetzt bin ich so fit wie mit 20. Ich werde helfen. Und ich hole auch meine Freunde dazu. Gut. Auf geht's in 13 Wochen. 132. Aber das macht natürlich den Kohl nicht wirklich fett alles, ne? So, wer bist du? Bitte, euer Gnaden. Diese Frau versucht mein Kind wegzunehmen. Ich denke, sie will ihm schaden. Sie lügt euer Gnaden. Sie hat mein Kind gestohlen. Und ich mache mir Sorgen, dass sie ihm etwas Schreckliches antun wird. Hm. Was mache ich mit euch beiden? Wir könnten es doch halbieren. Das ist eigentlich eine Antwort, die könnte auch wirklich nur dieser Depp geben. Ich kann mich nicht entscheiden. Tja. Tja. Dann einfach zur Lösung. Wir werden ihn einem unserer Diener geben, um ihn zu betreuen. Nein. Ihr Monster, ihr könnt mein Kind nicht nehmen. Zumindest wird er in Sicherheit sein. Geht raus, bevor ich die Beherrschung verliere. Gott. Das fanden sie nicht so gut, aber... Screw you. Mir egal. Oh Gott. So, Söldner, was ist mit dir? Euer Gnaden. Ich bringe euch etwas Besonderes. Etwas sehr Besonderes. Es ist nur für die reichsten Könige und Lords. Ein Beutel Zucker. Er wird euer Leben süßer machen. Ihr könnt ihn in euren Wein oder auf euer Brot streuen. Er ist köstlich. Ähm. Einsperren? Haben wir schon mal von diesem Typen gehört? Ich weiß davon nichts mehr. Aber wenn es schon eine Option gibt, ihn einzusperren... Warum nicht? Zu viele Händler kommen mir in diese Hallen, die versuchen, mir ihren billigen Müll anzudrehen. Ich hatte... Ich hab jetzt genug. Um euer Gnaden. Ich habe wirklich geglaubt, dass euch das gefallen könnte. Ihr werdet allen anderen Händlern ein Beispiel sein. Ihr solltet zweimal überlegen, bevor ihr herkommt und versucht, etwas zu verkaufen. Die Wachen am Ausgang kümmert sich um euch. Jawohl, Moral-Hit hoch 10. Juhu. Sehr schön. Neuer Eintrag. Bessen Kleinkind. Das war aber ein anderer Eintrag. Wo bleiben denn diese Einträge manchmal? Ach hier, guter Deal. Sperrte den Kaufmann ein. Hm. Okay. Dass jetzt so die gute Entscheidung war, bin ich mir nicht so sicher. So, denen hatten wir, glaube ich, allen nicht geholfen, oder? Wessen Kleinkind, der habe ich auch nicht wirklich geholfen. Den habe ich das beide weggenommen, das Kind. Boltis, Liebesprobleme, Verlorene. Sowieso überflutetes Dorf. Dorf in Flammen, Ernteprobleme, Metzgergestank. Ach, dem Metzger haben wir nicht geholfen, aber beim Metzgergestank haben wir geholfen. Da können wir auf jeden Fall den General schicken. So. General entsandt. Tavernengeschäft haben wir nicht geholfen. Gut. Ähm, ich gucke nochmal die Missionen durch. Verlorene Schatulle. Haben wir nicht gemacht. Kaufmann, Söldner, Metzger. Karl, Reparier, Magenschmerzen haben wir gemacht. Flüchtlinge. Ich habe dem berühmten Maler ein Gemälde abgekauft. War das der hier? Sieht so ein bisschen aus wie ein Maler, aber leider kann ich das ja wieder nicht lesen hier. Das ist ja blöd. Schlammling. Kobold war eine Katze. Liebesprobleme habe ich nicht gemacht. Habe ich ignoriert. Ernteprobleme. Konnten wir auch nichts gegen unternehmen. Na super. Ratten haben wir nicht gemacht. Beim Sturm habe ich geholfen. Banditen. Beim überflutenden Dorf habe ich auch nichts gemacht. Zutaten des Zauberers. Verlorene Waren des Händlers. Habe ich mich auch geweigert. Das war der Typ, den wir eben hatten. Die suchen nach Jonas. Babushka. Das hatten wir schon in Anspruch genommen. Verbündete fürs Leben. Angegriffenes Dorf. Ignorieren. Aber Dorf in Flammen haben wir geholfen. Okay. Gut. Also dem haben wir nicht geholfen. Aber bei dem Dorf in Flammen hier. Da könnten wir die Hexe noch hinschicken. Gut. Alles klar. Ja, dann ist ja eigentlich das Senden der... Können wir jetzt König Varit höchstens senden. Um an die tausend Mann zu kommen. Auch wenn das eigentlich aber noch nicht wirklich nötig ist, muss ich sagen. Ja, genau, Saminka. Das ist wahrscheinlich eine berühmte Geschichte aus der Bibel, ne? Da gab es doch das mit dem halbierten Kind. Zu halbierenden Kind. Ja, ich habe wirklich bei einigen Sachen nichts gemacht. Aber das ist angelegt im Spiel wegen der Ressourcenknappheit. Ressourcenknappheit. Das wäre ja sonst viel zu einfach, ne? Ja gut, liebe Leute. Ne, ich würde sagen, da beenden wir auch diese Runde. Geht jetzt ziemlich zügig hier voran. Und wir haben noch weniger Gold. Um Gottes Willen. Hm. Ja, diese Bankzahlung, die frisst uns jetzt echt vieles weg, ne? Das ist so. Ich habe immer noch nicht geguckt, wie viele von diesen Ressourcenvorräten ich brauche, ne? Ah. Sollen wir mal alle drei weglassen? Alle drei Agenten? Dann steht uns keiner zur Verfügung. Aber wir könnten uns dann wenigstens irgendwie eine Ballista leisten. Verteidigung gegen Belagerungstürme. Das klingt eigentlich gut. Ja, lasst uns das machen. 13 Wochen noch. Und wir sind schon relativ gut vorbereitet. Aber, hm. So richtig wohl fühle ich mich damit immer noch nicht. Unsere Taube kommt. Oder eine Taube. Vater, ich habe versucht, Briefe zu schicken. Ich habe versucht, es dir an der Mauer zu sagen. Ivo hat immer einen Weg gefunden, mich davon abzuhalten, dich zu kontaktieren. Du hast keine Ahnung, wie glücklich ich war, als ich hörte, dass du nach Hause zurückgekehrt bist. Von ganzem Herzen danke ich den Geistern, die dich angeleitet haben. Ich wusste von Ivos Plänen, aber ich konnte es dir nicht sagen. Ivo drohte mir, wenn ich etwas sage, würde er nicht nur dich holen, sondern auch meine Schwestern und meine Mutter. Er hat gedroht, sie bei lebendigem Leib zu häuten. Ivo ist verzweifelt. Er ist verrückt. Er glaubt, dass er, wenn er dich los wird, seine Mutter heilen und seinen Vater rächen kann. Zur Hölle mit ihm, Athana und seinem Gott. Vater, ich habe Angst, aber so wird es besser sein. Ich bin mir jetzt darüber im Klaren, dass es keinen Ausweg für mich gibt. Sag Sedani, dass es mir leid tut, wegen Staubkörnchen. Sag Azalia, sie soll ihrem Herzen folgen. Und sag Mutter, dass ich sie liebe. Halte dich nicht zurück. Ich liebe dich. Oh Gott, das klingt wie ein Abschiedsbrief. Ist das ihr Abschied? Auch bei ihm dämmert es langsam. Wir müssen Ivo besiegen und sie zurückholen. Ich kann nichts zulassen, dass dieser Widerling ihr Schaden zufügt. Ich werde diesen Drecksack finden und ihm den Erd... Und... Und ihn dem Erdboden gleich machen. Ja. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte sie nicht dorthin schicken sollen. Ich muss das Aurelia zeigen. Ja, ich würde sagen, auf geht's, wa? Dann mach mal zu. Ein schwerer Gang. Zur schwangeren Aurelia. Schatz, Lorsulia. Unsere Tochter, sie... Sie ist in Gefahr, Aurelia. Das alles ist meine Schuld. Und ich kann nichts daran ändern. Warum bestrafen uns die Götter so ungeniedig? Als ob die Schlacht nicht schon genug wäre. Was ist passiert? Erik, sprich mit mir. In Lorsulias letzten Brief stand geschrieben... Ich bin mir darüber im Klaren, dass es keinen Ausweg für mich gibt. Sagt Mutter, dass ich sie liebe. Was soll das bedeuten? Erik, wir müssen etwas unternehmen. Sie sagte, Ivo sei wahnsinnig und dass er mich loswerden möchte. Oh nein. Wenn Ivo diesen Brief gesehen hätte... Sagt Mutter, dass ich sie liebe. Sagt sie, liebe wohl? Wir müssen jemanden schicken, um sie zu holen. Wir könnten seine Wachen nicht überwinden und sie deshalb nie erreichen. Außerdem hat er sie sicherlich eingesperrt, für den Fall, dass wir es dennoch versuchen. Wir müssen abwarten. Du hast recht. Wenn wir ihn verärgern, dann verletzt er sie womöglich erneut. Er ist zuversichtlich, dass, wenn er uns angreift, das Schloss in seine Hände fällt. Doch wir können ihn überraschen. Wenn wir uns gut genug vorbereiten und somit die Schlacht gewinnen, dann wird Lorsulia zu uns zurückkehren. Die Auber. Naja. Ich hoffe wirklich, dass es so geschehen wird, mein Schatz. Aber ob das wirklich so passiert... Also ich bin da nicht so optimistisch wie Erik, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch die Königin ist sehr besorgt. Tja. Schauen wir mal nach Sedani, wo wir schon mal hier im Schloss umherstreifen. Lorsulia tut das mit Staubkörnchen sehr leid. Sie hofft, dass du ihr eines Tages vergeben kannst. Ich weiß nicht, ob ich das kann, euer Gnaden. Wenn sie Staubkörnchen nicht mochte, hätte sie ihn niemals mitnehmen sollen. Sie hat ihn nie verdient. Du Stabber im Unfall. Du bist zu jung, um das zu verstehen. Vergiss einfach Staubkörnchen und finde ein neues Haustier. Ja, euer Gnaden. So, ein neuer Eintrag. Nein, das dürfen wir nicht lesen. Sedani. Erik versuchte ihr zu erklären, dass der Schal nur ein Unfall war, aber Sedani war am Boden zerstört. Naja, kein Wunder, ne? So. Luli hat mich gebeten, dir zu sagen, dass du deinem Herzen folgen sollst. Oh, wir haben schon lange nichts mehr von ihr gehört. Geht es ihr gut? Ivo will seinen Vater rechnen, indem er mich tötet. Aber ich möchte nicht, dass du in Panik gerätst. Was? Vater? Warum? Es gab einen Prozess. Du hast König Thales nicht vergiftet. Ja, ich weiß. Wir werden ihm keinen Schaden anrichten lassen. Es wird alles gut werden. Was wird mit Lorsulia passieren? Ich weiß es nicht, Schatz. Es tut mir leid. Ich bin ein Depp und weiß nicht, was ich tue. Okay, ich höre schon auf, ihn die ganze Zeit schlecht zu machen. Das ist ja auch nicht fair. Er ist schon in einer ziemlichen Brindulje, das muss man schon sagen. So, weiter geht's. Unser General Stan ist wieder da. Werbpflicht. Okay, genauso die Hexe Alena. Sind in Kürze hier. Sind jetzt aber alle nicht zur Verfügung, logischerweise. Ja, euer Gnaden. Ja, werdet ihr euch der Armee anschließen. Dank euch kann ich nachts endlich wieder schlafen. Ich wünschte, ich könnte das auch. Alle aus der Siedlung werden an eurer Seite kämpfen. Danke. In zwölf Wochen geht's los. Alle aus eurer Siedlung. Alle sechs. Ah ja. Okay. Alle sechs. So, wer bist du? Wie kann ich euch helfen? Ach so, es ist auch wieder einer von den Wehrpflichtigen. Ich hatte euch gesagt, dass wir für immer in eurer Schuld stünden, als ihr uns geholfen hattet. Wir haben nach den Bränden das ganze Dorf wieder aufgebaut. Ihr könnt euch auf unsere Hilfe verlassen, euer Gnaden. Okay. Ja. Habt ihr jemals von Flusskrebsen gehört, euer Gnaden? Insekten, ähnliche Kreaturen. Sie leben in den Sümpfen und glühen nachts. Das Zweite stimmt nicht. Manche würden sagen, sie bewachen Schätze, aber hört nicht auf diese Lügen. Sie lauern nur auf diejenigen, die dem Licht folgen. Denkt daran, wenn ihr euch nach Sonnenuntergang im Wald verirrt habt. Folgt nicht dem Licht. Ich kann nicht sagen, dass ich mich oft in den Wäldern verlaufe. Mein Sohn wollte die Schätze im Wald suchen. Ich schon sagte, die Schätze sind im Gegensatz zu den Flusskrebsen nichts als Lügen. Er ist noch nicht zurückgekommen und ich fürchte, er hat sich verlaufen. Ich sagte ihm, er solle nicht auf diese Gerüchte hören. Ich hab weder das Gold noch den Jäger. Versuche ihn selbst zu finden. Wenn du die Schätze in die Hände bekommen willst, solltest du vielleicht deine eigene Haut riskieren. Was? Ich? Nein. Ich hab euch doch gesagt, dass es in den Sümpfen keine Schätze gibt. Ich habe nur nach meiner Tochter gesucht. Ich meine Sohn. Verdammt, ich war so nah dran. Ja, aber natürlich kriegen wir dafür Moralabzug, weil wir dem Betrüger nicht geholfen haben. Hä? Random AF ist das manchmal mit diesem Moralsystem. Aber ich glaube, das soll auch der Punkt dabei sein, dass es einfach nur random ist. Oh Mann. Oh ja, Gnaden. Ich habe ein Problem. Ich habe an allen möglichen Gebäuden im Dorf gearbeitet. Die Schmiede, das neue Gasthaus, eine Kapelle. Das ist das Einzige, das ich tun kann. Aber weil ich mit sehr schweren Steinen gearbeitet habe, ist mein Rücken kaputt. Ich kann nichts mehr heben. Jedes Mal, wenn ich mich bücken will, werde ich ohnmächtig. Was kann ein alter Mann wie ich tun, um ein wenig Geld zu verdienen? Ich habe keine Familie, die mich unterstützt. Und das Einzige, das ich gelernt habe, kann ich nicht mehr ausüben. Nimm diese Vorräte. Alles, was ich anbieten kann. Aber euer Gnaden, was soll ich mit ein paar Vorräten machen? Sie werden innerhalb einer Woche ausgehen und was werde ich dann tun? Woher bekomme ich dann mein Essen? Ich werde euch wöchentlich einen Vorrat geben. Das ist ganz schön viel, aber ich glaube, ja. Ja, komm, wir sind mal gnädig. Das sollte ausreichen, um euch zu nähren. Danke, euer Gnaden. Wie auch immer, der in einer Woche erst zwölf Vorräte verbraucht, aber dann mit einem Vorrat pro Woche zufrieden ist. Hä? Random? Okay. So, Darkwalker ist ein bisschen Essen gehen. Dann guten Hunger. So. Hey, immerhin. Drei Moral. Juhu. Für, wer weiß, wie viele Vorräte. Viel zu viel. Okay. So, Verbündete. König Varit können wir immer noch einladen, aber das machen wir noch nicht. Den Banker könnten wir auch einladen, aber da haben wir ja schon Kredit aufgenommen. Wenn es das hier war, dann können wir mal gucken, ob es in der Burg noch was zu tun gibt. Ich glaube aber tatsächlich nicht. Ist der andere jetzt eigentlich im Verlies hier, dieser Typ? Tatsache. Euer Gnaden, ich bin ein ehrlicher Mann. Ich verstehe nicht, warum ich hier bin. Ihr wisst sehr gut, warum ihr hier seid. Ich wusste nicht, dass ich dem König keinen Zucker verkaufen darf. Tut mir sehr leid. Bitte lasst mich raus. Meine Tochter, sie wartet zu Hause auf mich. Nein. Ich lasse mich nicht mehr überlisten. Ihr bleibt hier, bis ich entschieden habe, dass ihr genug hattet. Nein. Ach, das ist immer noch der aus der ersten Spielphase. Verlassen wir mal hier drin. Ein voller Kerker ist schön. So, fühlt ihr euch etwas besser? Persönliche Wache, Stahlstangen. Ich kann nicht fortlaufen. Na gut, liebe Leute. Ich glaube, die drei sind ganz zufrieden. Die halten es da ganz gut aus, in diesem Zugigenkeller. So. Auch diese Woche wäre wieder abgeschlossen und wir landen im negativen Gold. Juhu. Das heißt, wir müssen gleich einen... Wir müssen gleich tatsächlich einen... Ja, ich glaube, unseren General mal pausieren. Sonst gehen wir ins Minus. Wir haben wirklich viel zu hohe Ausgaben. Wow. Ja, oder wir machen das so. Den General und den Jäger lassen wir mal und die Hexe schicken wir nach Hause. Ja, okay. Okay. So, dann gehen wir ein bisschen auf den nächsten Vorrat schon mal drauf. Und das war's, glaube ich, liebe Leute. Machen wir erst mal Schluss für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.